Und damit Ollo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Outlast Trails. Mein Name ist DamaRip und heute ist es mal ein bisschen anders, als man das sonst kennt. Ihr wisst, Lilly und ich haben ja die letzten zwei Programme schon gespielt, zumindest zu dem Stand, was ihr jetzt schon gesehen habt. Eigentlich, dieses Video hier, was ich jetzt gerade heute hier aufnehme, spielt schon alles in der Zukunft gefühlt, weil der Stand ist nämlich dieser. Wir haben schon auch das Programm 3 gespielt und haben schon einige andere Programme noch gespielt, um das vierte Programm, Programm X, freischalten zu können. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich bin, wie schon gesagt, heute hier alleine. Das sind ja die ganzen Prüfungen bislang. Das ist Programm X, Programm Omega. Und es gibt in jedem, das kann man hier auch nochmal schön sehen, es gibt in jedem Programm nochmal so untergeordnete Programme, die ziemlich kurz eigentlich sind. Und dann gibt es dasselbe Level vom Anfang, nur nochmal in zwei Schwierigkeitsgraden. Schwierigkeitsgraden. Doch, Schwierigkeitsgraden. Doch, hä? Einfach ein bisschen schwieriger, auf ganz typisch deutsch, einfach das jetzt hier zu machen. Und das haben wir jetzt sowohl beim ersten Programm als auch bei dem Programm und auch bei dem anderen Programm geschafft und sind kurz davor, Programm X freigeschaltet zu bekommen. Das Ding ist aber jetzt, in der letzten Zeit, wo wir gespielt haben, sind mir nochmal einige Dokumente in die Hände gekommen. Und ich habe damals schon gesagt, ich muss mal ein extra Video machen, wo ich mit euch hier zusammen, wo wir uns mal diese Dokumente anschauen werden. Und das werden wir jetzt machen. Ihr seht, hier oben bei Beweise, es ist immer noch dieses Ausrufezeichen da, Ich habe mir noch nichts angeschaut und es hat sich hier halt, wie schon gesagt, sehr viel angesammelt. Einige dieser Files sind schon komplett fast fertig eingesammelt. Und es gibt einfach Handlungsunterlagen bis 14 und die sind alle kategorisiert. Und wir werden uns heute das mal anschauen. Welche geheimen Dokumente Moorcroft versucht zu verstecken vor uns? Und man hat schon einiges gesehen. Sobald man ein Dokument eingesammelt hat in einer Prüfung, konnte man schon so sehen, wofür das vielleicht ist, für welches von diesen Gebieten hier. Und es gibt irgendwelche Fotos. Auf die Fotos freue ich mich am meisten. Und dann würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dieser Analyse heute. Eastermans Rekrutierung, okay. Da gibt es viele Sachen. Okay, what the fuck. Okay, es gibt so viele Sachen. Was ist das hier? Eastermans CIA Interview 1. CIA? Hm, klingt ja mal wieder sehr beunruhigend. So, ähm. Internes Memo der Central Inter... Was? Inter... Naja, der CIA halt. Trans... Oh mein Gott. Das ist so eklig, dass das auf... Schwarzer Hintergrund, helle Buchstaben. Ich werde so Augenkrebs bekommen, Alter. Hier steht, Transkription des Interviews zwischen Jameson Lawler, Lawler, CIA, und Hendrik Joylette, Easterman, Zivilist. Aufgezeichnet Chicago, okay. Bearbeitet zum besseren Verständnis. Minuten waren 33 bis 36. Lawler. Sie waren bei der Rede von Herrn Dules in Princeton, äh, anwesend. Äh, fragen Sie mich das? Wollen Sie bestreiten, dass Sie dort waren? Easterman, nein, nein. Ich konnte nur Ihren Tonfall nicht deuten. Sie scheinen es bereits zu wissen. Ähm, ich will damit sagen, dass das Thema Gehirnwäsche bereits zu sehr in die allgemeine Vorstellung eingetrungen ist. Im Juli letzten Jahres war das Thema in jeder größeren Stadt der USA auf der Titelseite. 21 amerikanische Krieg, was, doch Kriegsgefangene, Alter, ich kann das so schwer lesen, wirklich, weigern sich, nach Hause zu kommen. Was, Vollblut Amerikaner, die sich lieber in kommunistischen China niederlassen. Ich habe die Zeitungen gelesen. Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Warum in Gottes Namen sollte jemand, der die Wahl hat, Kommunist werden? Okay. Was ist das? Wissenschaftliche Chance. Morecraft Cooperation. Nur interne Organisation schreiben. Kopie. Okay, das ist ein Brief an Dr. Easterman. Dr. Easterman. Gestatten Sie mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Oliver, ach du Scheiße, Baransik. Oliver, okay. Stellvertretender Direktor der Abteilung für Verhaltungsmedizin in Mount Massive Hospital, der Markcroft Corporation. Okay, Mount Massive Hospital. Könnte das auch das Mount Massive Asylum sein? Oder ist das schon wieder was anderes? Okay. Natürlich sind sie mit der Markcroft Corporation vertraut. Unser gemeinsamer Freund, Jameson Lawler, hat mich in Hongkong in ihren Erkenntnissen teilhaben lassen. Natürlich unter Wahrung der gebotenen Diskretion. Ihre Forschung deckt sich in bemerkenswerter Weise mit der Traumtherapie, an der wir in den Labors in Los Angeles, nee, Los Alamos beteiligt sind. Okay. Wir haben die Zusammenarbeit mit der Agentur sichergestellt, um sie nach Los Alamos zu bringen und unser Forschungsteam zu treffen. Die Tickets und Reiseunterlagen finden sie in ihrem Nachttisch. Okay, warum so gruselig auf einmal? Nachttisch, okay. Ich würde Ihnen dringend empfehlen, die Einladung einzunehmen, die dieser Brief hochsensible Fragen der nationalen Sicherheit berührt. Ihr Wissen über solche Aktivitäten, selbst wenn sie nicht aktiv daran beteiligt sind, könnte ein Sicherheitsrisiko darstellen, das eine erzwingbare Form des Schweigens erfordert. Okay, ähm, was haben wir jetzt hier noch? Aber kommen sie nicht nur um ein, was um einer Bestrafung zu entgehen. Die Forschung, mit der sich unsere Wissenschaftler in Los Alamos beschäftigen, ist lebenswichtig und inspirierend und geht weit über die brutalen, plumpen Methoden hinaus, die unsere Feinde in der kommunistischen Welt anwenden. Mir wurde gesagt, dass sie ein Mann sind, der ein Wunder, der an Wunder glauben kann. Oliver, bla bla bla, Mount Massive. Okay, also hat vorher der, also so verstehe ich es jetzt, der Dr. Easterman hat gar nicht vorher bei Moorcroft gearbeitet, das war alles nicht der Fall. Was ist das? Der Schrecken im Leben. Kopie. Privater Tagebucheintrag von Dr. Hendrik. Oh, das ist vielleicht interessant. Das ist ein Tagebucheintrag von Dr. Easterman. Samstag. Beim Stöbern in einem Antiqui... Antiqui... Ah, fuck, Alter! Samstag. Beim Stöbern in einem Antiquariat in St. Fee bin ich, äh, ne, fand ich ein Buch mit Monstergeschichten aus der Zeitschrift Weird Tales. Darunter einer meiner Lieblingsgeschichten aus meiner Kindheit. Die Geschichte ist, äh, reiner Schund, die, äh, das Werk eines, oh, fuck, Alter, das ist so schwer zu lesen, gefeierten Fettschützen. Achso, Fettschisten. Boah, achso. So, der gleichzeitig erschrocken und erregt ist über die atavistischen, ah, boah, Alter, die atavistischeren Formen der Anbetung unserer düsteren Artgenossen, aber, äh, aber der erste Absatz schien mir seltsam passend für meine neue Freunde, für meine neuen Freunde in Los Alamos. Ähm, die Barmherzigkeit, die Barm... Das Barmherzigste auf der Welt ist meines Erachtens die Unfähigkeit des menschlichen Geistes, alle seine Inhalte miteinander in Beziehung zu setzen, in Beziehung zu setzen, achso, in Beziehung zu setzen, okay, Punkt. Wir leben auf einer ruhigen Insel der Unwissenheit inmitten der Schwarzen Meere, äh, wo bin ich? der Unendlichkeit, äh, um es zwar nicht vor, äh, was? Und es war nicht vorgesehen, dass wir weit reißen sollten. Die Wissenschaften von einem, von denen jeder in ihren eigenen Richtungen strebt. Also der Typ hat irgendwie, ich weiß nicht, wir wussten ja sowieso, Easterman hat sowieso Probleme in irgendeiner Art und Weise. Was haben wir hier? Sammlung von X-Pops. Was? Wohltätige Ersparnisse. Nur intime Blablabla-Kopie. Bürointerne, äh, zwischen... Avellanos und M. Scraffioti. Okay. Kopfzeile entfernt. Moses. Was auch immer sie von Easterman und seinem Projekt halten, der Verstand ist begeistert, was der... Achso, der Vorstand ist begeistert von den Steuereinsparungen, die sich aus der Besetzung der Prüfungen aus diesen Wohltätigkeitszentren ergeben. Die gesamten Kosten für den Betrieb der Zentren, die Rekrutierung von Freiwilligen und den Transport dieser nach Signala... Signala... Können von der Steuer abgesetzt werden. Und es ist kein schlechter Ort, um all das Geld zu verstecken, das aus dem schwarzen Buch der Agentur kommt. Äh, halten sie durch und denken sie an die Gewinne. Easterman wird sich früher oder später selbst, äh, sabotieren. Und wenn wir es leid sind zu warten, habe ich Mittel und Wege, ihn anzust... Anzustacheln. An? Was? Anzustacheln. Achso. Ah, Bradley, okay. Ich habe da schon... Ich habe davon schon mal was gehört. Was steht hier? Woher kommen die Patienten... Versuchspersonen in den Prüfungen? Okay, da ist noch ein Video Text. Okay, das haben wir noch nicht. Zusammenbruch... Zusammenbruchprojekt Lathe. Lath. Lath? Was lief bei der ersten Version von Dr. Eastermans Prüfung schief? Also das Ding ist, ich habe letztens, äh, schon mal ein bisschen so vorgearbeitet, was so das Let's Talk About Video angeht, auch für dieses Video hier. Oder beziehungsweise für dieses Spiel hier. Und ich habe schon mal was von X-Pops gehört und auch von diesem Projekt Lathe. Aber ich kann noch nicht viel darüber sagen. Oder vielleicht möchte ich das auch noch nicht, weil, ja, wir sind ja noch mitten hier im Spiel. Deswegen, Handlungsstrang 4. Projekt Lathe 2. Okay. Projekt Lathe 2. Vielleicht sollte ich mir das auch noch nicht jetzt hier anschauen, weil man weiß ja nie. Handlungsstrang... Umgestaltung Lathe. Das ist alles zu diesem... Alles zu diesem Projekt. Okay. Vielleicht füge ich das... Okay. Wir sind, glaube ich, noch nicht an dem Punkt, weil Zusammenbruchprojekt Lathe ist da der Anfang. Und das hier zu lesen ist einfach... Das passt jetzt nicht, ne? Weil, wenn wir die ersten Dokumente davon nicht haben, dann checken wir ja nichts. Was haben wir hier? Fertigungs... Was? Fertiggestellte Reagenzin. Mal, 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 mal. Intern, bla, bla, bla. Transkribiert. Eingetragen. Datum entfernt. An A. Bradley, hä, hä? Von Clyde Perry in San Antonio. Betreff, Überwachung, Reagenz 0877, abgeschlossen und freigegeben. Tag 28 der Überwachung, Reagenz 0877, unauffällig. Besuchte den bischöflichen Gottesdienst in St. Marks. Äh, was? Baseballspiel besucht zwei Mahlzeiten in... Was? In... In Deiner eingenommen. Aus... Was? Auslösen... Was? Auslösertests... Auslösertests akzeptabel. Vor Aktionen erfolgreich neutralisiert. So ereignislos wie die Tage 1 bis 27. Schlage ferngesteuerte passive Überwachung vor. Bitte um Versetzung. Zieh Perry. Alter, ey, wirklich, das ist so eklig teilweise, das hier zu lesen, wirklich. Also, das ist wirklich so ein kleiner Nachteil. Ich hab... Oh, ich muss mal kurz die Augen zumachen, Digga. Das ist wirklich nicht geil. Weil, kennt ihr das, wenn ihr auf den Bildschirm schaut, der Hintergrund schwarz ist und dann davor Text ist, den ihr auch noch lesen sollt? Also, wirklich, das ist echt übel. Das ist echt übel. Hier, Reagenz. Das scheint irgendein Testobjekt zu sein. Nach Los Alamos. Äh, äh, Clyde Perry von, äh, äh, betrefft Mr. Perry. Mr. Perry? Vielen Dank für Ihre anhaltende Wachsamkeit. Auf der Grundlage von Bekennerinformationen des Pfarrers von St. Marks ist Reagenz 0877 zu einem Thema von Interesse geworden. Bitte holen Sie Reagenz bla 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 ab und bringen Sie ihn zur weiteren Untersuchung in unser Büro in Los Alamos. Herr bla 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 wird bis zum 1. Juli vor Ort sein, um den Patienten zu empfangen und zu behandeln. Reichen Sie die Kosten bei Sennayla ein. Bitte sehen Sie von außerplanmäßigen Aktivitäten ab. D-B-N-R. Unterschrift, äh, okay. Also, ich denke mal, steht hier, was passiert von Reagenzien, die ihre Therapie abgeschlossen haben, wieder in die Welt entlassen werden. Stimmt. Also, ich denke mal, dass das irgendein, also, wir haben halt hier jetzt noch nicht so viel, aber ich denke mal, das war irgendein Testobjekt, irgendein Mann, Frau, was weiß ich, die da halt diese Therapie gemacht haben. Ja, aber es ist halt wirklich, ja, weil die, die Sachen fehlen ja hier. Bestimmt ist irgendwas schiefgegangen und Marcroft haben die Person eingesteckt. Okay, was haben wir hier? Boah, die ersten Dokumente fehlen. Marcroft-Sammlung. Ganz. Welchen Hintergrund hat Phyllis Fotherman? Ja, doch, Phyllis Fotherman ist ja eigentlich Mother Gooseberry. Das wissen wir ja. Aber welchen Hintergrund hat sie? Okay, anhören an Clyde Perry in Philadelphia. Ganz Interview. Fortgesetzt. Interview mit Phyllis Fotherman zeigt ein kluges und sehr charismatisches Subjekt. Zwei Persönlichkeiten angezeigt. Erste, Phyllis Fotherman. Alternierend in der, was? Fernsehrolle Mutter Gans. Eine kindliche Phyllis Fotherman im Alter von etwa 14 Jahren. Okay, Dr. A. Fotherman. Ihr verstorbener Vater. Sie hat sich eine Handpuppe aus den Resten der Kantine und des Arbeitshauses gebastelt und zeigt dabei ein bemerkenswertes menschliches Geschick. Die Persönlichkeiten von Dr. Fotherman ist beleidigend und gewalttätig. Aber er ist lustig und ich mag ihn. Okay. Bei beiden Persönlichkeiten gab es Ausbrüche in ein primitives, mörderisches Wutmonster. Ja, das haben wir schon, das haben wir schon teilweise mitbekommen, dass jeweils halt, also, ne, aber egal. Äh, die Persönlichkeiten von Mother Gooseberry nenne ich sie jetzt einfach. Mutter Gans, Alter, das ist so ein bescheuerter Name auf Deutsch, aber es ist halt so, aber ich nenne sie einfach, äh, Olga, ne, wir wissen es ja. Also, von Olga zeigt ein bemerkenswertes Charisma, wie bereits erwähnt. Trotz ihres zerl, zerlumpten Aussehens scheint sie mit mindestens zwei Wärtern eine sexuelle Beziehung gehabt zu haben. Okay, viele ihrer Mitgefangenen und Mitarbeiter sind ihr verfallen. Olga, also, das ist jetzt eine Erkenntnis? Das hätte ich nicht so erwartet. Also, bin ich ehrlich? Bin ich ehrlich? Was, Phyllis bekundet ihr Interesse an Selbstverbesserung und wissenschaftlichen Vorschritt? Sie sagt, sie hätte gerne einen Umgebungswechsel. Phyllis Fotherman wird für Versuche in Projekt Leith sehr empfohlen. Okay, also Projekt Leith ist nochmal irgendwie so eine Sache für sich, das wissen wir jetzt. Und Olga ist dafür qualifiziert. Das haben wir noch nicht. Arbeit. Was dir? Architect. The Architect. Welchen Hintergrund hat Moses Scarfiotti? Architekt der Zinelli Anlage. Zinelli. Da haben wir auch noch keinen Plan, was Zinelli sein soll. Das ist wieder irgendein Interview. Bradley und Moses. Wachen sie schon einmal dort. Ich habe keine Kinder. Das macht überhaupt nichts. Sie müssen gehen. Es ist die Zukunft. Ich meine, wenn wir eine Zukunft haben, meine unhörbar, keine Ahnung, sagt mir immer wieder, ich solle gehen und schließlich was? Halliwell? Halliwell? Richtig. Disneyland. Das ist wie Münzortiere. Ach so, ein Münzortiere. Es ist eine verhaltensorientierte Architektur. Der rum bewegt die Maschine durch ihn hindurch. die Formen weisen die Besucher an, wie sie sich verhalten sollen. Es spielt keine Rolle, was sie glauben, dass sie wollen. Wenn sie in Disneyland sind, verschwindet die Person als die erste was 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 doch schwindet die Person als die sie heute morgen aufgewacht sind. Es sagt, sei jetzt geduldig, sei jetzt erfreut, sei jetzt hungrig, sei jetzt gierig, sei jetzt nachgiebig. Es ist wunderbar. Ich habe noch nie so viele glückliche Menschen gesehen. Und sie haben das Gefühl, dass sie das Prinzip verstanden haben, wie Mr. Disney all das erreicht hat? Richtig, es ist so klar, wenn sie es einmal gesehen haben. Es gab Andeutungen davon in Deutschland. Es ist wie eine Kathedrale, die von Edward Barry Bernays gebaut wurde. Sie haben nichts dagegen, wenn ich rauche. Ich nehme eine. Haben sie den Prozess verfolgt? McCartney? Nicht hörbar? Ja, nun ja, ja, nun ja. Ich verstehe. Mich nicht in die Politik einzumischen. Okay, auch wieder sehr komisch. Und das ist halt auch wieder eigentlich das letzte Dokument, was man findet. Da wissen wir jetzt auch nicht, okay, was ist vielleicht am Anfang passiert. Was hat da irgendwie eine Rolle gespielt? Ach, du meine Fresse. Was haben wir hier? Eastermans Studien zur Gehirnwäsche. Das könnte noch interessant sein. Äh, Hongkong. Menschenmassen und Dampf und Lärm. Das unaufhörliche Trönen der Textilfabriken. Dies ist kein zivilistischer Ort zum Nachdenken. Die Agentur möchte eine umfassende Untersuchung der Technik. der HCI Now übersetzt Gehirnwäsche und hat mich in einem Beobachtungsposten in Tsuan Wan untergebracht. Sie haben ein Dutzend Vater was achso jetzt hab ich sie haben ein Dutzend Veteranen für meine Studie westliche und chinesische die den Hissi Now Techniken ausgesetzt sind. Ich hab keine Ahnung wie man das ausbringt. Hsia Si Now keine Ahnung. Aber es gibt noch mehr Lehren die ich aus dem von den chinesischen kommunistischen Partei anerken was anerkannten und sogar gefeierten Programmen der zu hin was weiß ich der ideologischen Umgestaltung ziehe einer bewussten Formung einer ganzen Bevölkerung die allem anschein nach energisch greift. Die Opfer der Gehirnwäsche hingegen sind größtenteils lustlos fast katatonisch zwischen den Aggressions Ausbrüchen Achso zwischen den Aggressions Ausbrüchen sie sind nicht so sehr programmierte Maschinen als vielmehr gebrochene Kinder Ok Interessant Also hatte ich also ich verstehe es jetzt so Dr. Easterman hat sich jetzt dafür sagen wir mal ausgemacht sagen wir mal auch das mit dieser Gehirnwäsche zu machen wie es ja auch vorher so ein bisschen bei Murkroft war hat aber vorher nie bei Murkroft gearbeitet das heißt er ist einfach dadurch da hinzugekommen hab ich jetzt so das Gefühl und alter das es ist wirklich aber schwierig ne vor allem ich check das auch nicht mit diesem kommunistischen und aber nistischen und was weiß ich ich meine da habe ich vielleicht bei Geschichte nicht so gut aufgepasst alter aber das war jetzt erstmal einiges was wir jetzt hier mitbekommen haben und ich mache jetzt einfach hier nochmal einen Cut und wir werden uns dann diese Dokumente hier dann beim nächsten Mal anschauen beziehungsweise nicht beim nächsten Mal denn wenn dieses Video hier sagen wir mal draußen ist online wird euch dann als nächstes das dritte Programm erwarten und das würde ich dann erst noch zeigen und dann kommt erst nochmal dieses Video hier also der Teil zwei von dieser Analyse von den Dokumenten wenn euch aber schon mal dieser Part gefallen hat dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da ich muss ehrlich sagen wir werden bestimmt auch noch einige Sachen das war heute nur das grobe überflogene werden wir natürlich auch noch dann später im vollendeten Let's Talk About Video besprechen all das was ich mir vielleicht nochmal privat auch angucken muss ich schreibe mir ein paar Sachen auf werde dann mit euch darüber dann sprechen im Let's Talk About Video von daher war das heute halt nur so ein kleiner Teil was wir uns schon mal angeschaut haben ja wenn wie schon gesagt euch das Video gefallen hat Daumen nach oben geben Abo nicht vergessen und aktiviert auch gleich die Glocke damit ihr solche und auch meine anderen Videos gar nicht mehr verpasst und besucht mich doch gerne mal auf Instagram dort heiße ich da.ma.trip und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder in dem Spiel hier also bis dahin tschüss und macht's gut tschüss und macht's 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 tschüss und macht's